Oh, was ist hier los, Alter? Oh, nein. Die ist von dir. Wie heißt du denn? Benedikt. Hallo Benedikt, wie alt bist du? Elf. Cool. Wie kamst du auf die Idee? Du hast gestern bei einem Freizeitpark gewonnen und hast gedacht, hey, wie werde ich dir am besten los? Dieses billige Plastikding, das werfe ich doch mal dem Dicken da vorne. Aber ganz ehrlich, es ehrt dich. Schön, dass du heute hier bist. Diese Rose, wo können wir sie hinhängen? Auf den Burger? Oh, geil. Guck mal hier, für die Veganer. Bisschen Salat. Hier. So. Wunderschön. Da. So. Benedikt, vielen Dank.